Wenn Kinderaugen leuchten und ein Funke Aufregung in der Luft liegt, dann ist es wieder so weit. Der Ministerpräsident des Landes Brandenburg lädt zur alljährlichen Kindertagsfeier in die Potsdamer Staatstranslei ein. Ihr habt die Chance. Mit einer eigenen Idee oder einem eigenen Programm euch bzw. eure Schule zu präsentieren. Es geht um Kreativität und Vielfalt. Ob mit einem Theaterstück, Musik, Tanz oder Sport, ganz egal. Ihr entscheidet, was läuft. Denn das ist euer Tag. Der Kindertag in der Staatskanzlei Potsdam.